Musik So meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Landtagspolitik-TV-Magazin aller Thüringer Lokalsender neben mir, Frau Dr. Bergner, die Chefin, nicht der Fraktion, der Gruppe der Bürger für Thüringen, herzlich willkommen. Wir reden über die aktuelle Plenarsitzung im Thüringer Landtag. Gestern gab es emotionale Diskussionen über das Bürgergeld, über das Gendern. Ich frage erst mal zum Bürgergeld, wie fällt Ihr Blick auf die Diskussion aus? Ja, die Diskussion, wie Sie gesagt haben, war ja sehr emotional dazu. Und ich muss eben sagen, es ist wichtig, Menschen zu unterstützen, die in sozialer Not sind. Die sollen vernünftig leben können. Aber was wir auch beachten müssen, dass sich Arbeit lohnen muss in unserem Land. Es kann nicht sein, dass jemand, der Sozialleistungen bezieht, mehr netto hat, als jemand, der arbeitet. Und deswegen sage ich, wir brauchen Maßnahmen, die die Menschen zur Arbeit motiviert. Und nicht, dass wir Geld aufbringen, um die Leute vom Arbeitsmarkt wegzuhalten. Aber die Koalitionsfraktionen, deren Vertreter auch in den Interviews mit diesen Thüringer Lokalsender, haben klipp und klar gesagt, es stimme nicht, dass die Leute mehr netto hätten, als die, die arbeiten. Also, wenn Sie jetzt immer die Sozialhilfe nachbessern, kann es ja nicht schlechter werden, als vor ein paar Jahren. Und ich kann mich an eine Szene erinnern in meinem Unternehmen. Ich hatte eine Studentin, die dann mal ausgesetzt hat, weil sie zwei oder drei Kinder gekriegt hat in der Zeit. Und in diesem halben Jahr kriegte sie Sozialhilfe. Und als sie dann bei mir als Ingenieurin, Diplom-Ingenieurin angefangen hat zu arbeiten und sie ihren ersten Lohnzettel kriegte, saß sie weinend vor mir, weil sie mir gesagt hat, ich habe mehr Sozialhilfe gekriegt als jetzt netto als Ingenieur. Ja gut, das war aber in der Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass das heute nicht anders ist, denn die Sozialhilfesätze sind ja gestiegen. Kommen wir mal zum anderen Thema, das gestern Abend wiederum auch die Gemüter durchaus erhitzt hat bei der Diskussion, das Gendern, das Gendern, wie auch immer. Ist so eine Diskussion aus Ihrer Sicht in der aktuellen Lage überhaupt notwendig gewesen? Ich denke ja, weil ich persönlich habe in der Vergangenheit immer drüber weggeschaut und habe gedacht, ach ne, lasst doch die Leute gendern, die wollen, solange ich meine Sprache benutzen kann, wie ich sie möchte. Mittlerweile ist das ja nicht mehr möglich. Es gibt ja Vorschriften an Universitäten, dass alle Qualifikationsarbeiten gegendert werden müssen. Und das Interessante ist, ich bin heute noch, bevor ich in den Pläsarenseil reingegangen bin, kriege ich einen Anruf von einem Vater, einer Studentin in Erfurt, wo ich gefragt worden bin, meine Tochter schreibt jetzt gerade ihre Masterarbeit, darf sie jetzt wieder normal schreiben oder muss sie noch gendern? Ja, also das sind Dinge, die uns schon bewegen. Und ich bin der Meinung, unsere Sprache ist ein Kulturgut. Und unsere Sprache drückt auch unsere Befindlichkeiten aus. Und wenn unsere Sprache zerstört wird durch Doppelnennung, Innensternchen oder Enz, was Sie sich mal überlegt haben, dann leidet auch unsere Kultur. Und ich habe den Eindruck, durch das Gendern wird unsere Sprache kalt. Also mich lässt sie kalt. Ich habe sogar schon Bücher, Romane weggelegt, in denen gegendert wurde, weil ich gesagt habe, ach komm, es ist mir zu anstrengend, ich mag es nicht. Und dann heißt es für Sie auch automatisch, dass die Entscheidung gestern eine gute und folgerichtig war? Ja, ich habe dafür gestimmt. Was ist denn in dieser Legislatur, nicht in dieser Legislatur, sondern in dieser Plenarsitzung aus Ihrer Sicht noch ordentlich abgeräumt worden? Ich denke, was durchaus ein wichtiges Thema ist, ist die ganze Energiepolitik. Da haben wir ja auch mehrfach Aktuelle Stunden und auch in Anträgen gearbeitet. Und auch hier sehe ich eklatante Fehler, die nach wie vor von den Politikern gemacht werden, und zwar aus Unkenntnis. Aus Unkenntnis, welche technische Lösungsmöglichkeiten existieren, um unser Energieproblem umweltfreundlich und sozialverträglich und bezahlbar zu gestalten. Ich sage Ihnen als Physiker, ich kenne die Lösungen, ich kenne Menschen, die Lösungen erarbeitet haben, und von der Politik werden die ignoriert. Woran schadet es denn konkret aus Ihrer Sicht? Will man nicht zuhören? Hört man nicht zu? Will man sich damit nicht befassen? Ja, ich habe den Eindruck, dass man nicht zuhören will. Oder man es nicht versteht. Was ist noch abgeräumt worden aus Ihrer Sicht, beziehungsweise angesprochen worden, was aus Ihrer Sicht wichtig wäre? Ja, was wir jetzt angesprochen haben, ist das Problem der Flüchtlingshilfen, die gezahlt werden. Da gibt es ja von Landräten, Nordhausen und von der Frau Schweinsburg, die Hinweise, dass Menschen nur einmal im Monat herkommen und sich das Geld hier abholen, dann wieder in die Ukraine gehen. Und dort haben wir beantragt als Bürger für Thüringen, dass wir doch mit unseren Sozialmitteln verantwortungsbewusst umgehen sollen und schauen sollen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu prüfen. Und dass wir hier auch eine Gleichbehandlung haben zwischen deutschen Sozialhilfeempfängern und ukrainischen Sozialhilfeempfängern. Und da läuft jetzt auch gerade wieder eine sehr heiße emotionale Debatte. Debatten laufen auch um den Haushalt, den Thüringer Haushalt, die Verhandlungen, die konkreten Verhandlungen beginnen nächste Woche. Wie ist denn der Blick der Bürger für Thüringen darauf? Ja, der Haushalt hat in meinen Augen viele Positionen, wo man sparen könnte. Es gibt viele Themen aus meiner Sicht, die jetzt nicht dran wären. Und wir werden sehen, wie sich die Haushaltslage entwickelt. Ich meine, zurzeit ist ja die Frau Taubert in einer hervorragenden Situation, dass sie die letzte Steuerschätzung 700 Millionen Euro mehr präsentiert hat. Aber nach Haushaltsgesetz sollten ja solche Mehreinlagen eigentlich in die Schuldentilgung fließen und nicht in weitere Ausgaben. Und wichtig wäre es, dass die Kommunen ausfinanziert werden. Und wenn ich auch auf diesen Haushalt blicke, was so für Steigerungsraten bei Personalkosten oder bei Zuwendungen an die Kommunen gegeben hat, wenn die im Bereich von 2 bis 3 Prozent liegen, dann ist es doch eine Milchmädchenrechnung bei einer Inflationsrate von 11 Prozent, dass das irgendwo zu Spannungen und Defiziten führen wird. Und das wird in meinen Augen von der Regierung nicht ernsthaft genug bewertet. Schauen wir mal, im Dezember kommt es zur letzten Plenarsitzung dieses Jahr. Was muss der Thüringer Landtag aus Ihrer Sicht abräumen, damit man halbwegs zufrieden in die Jahresendpause geht? Also ich glaube, dass es dieses Jahr keine zufriedene Jahresendpause geben wird. Und was muss der Thüringer Landtag dennoch im Dezember schaffen oder sollte? Ja, ich denke, was sehr wichtig ist, dass irgendein Haushalt beschlossen wird. Dr. Rute Bergner, Vorsitzende der Gruppe der Bürger für Thüringen im Thüringer Landtag, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön.